Die Textur des neuen Crafters vom 1.21 Update von Minecraft musste aus einem sehr speziellen Grund geupdatet werden. Während er ja im Snapshot 23W42A noch so aussah, sieht er jetzt so aus. Jetzt fragt ihr euch, okay, aber was war jetzt mit der alten Textur falsch? Nun, das Problem war halt die Leiste hier unten. Platziert man den Crafter nämlich so nebeneinander und schaut sich das Resultat von oben an... Ja, was soll ich sagen? Ja, aber zum Glück haben sie das dann im neuesten Snapshot behoben und achten hoffentlich auch in Zukunft besser auf solche Sachen, oder?